UNTERTITELUNG 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 Nicht erschrecken, ich bin's. Adi! Adi! Da ist er wieder! Küsst ihr! Was? Er sagt uns in seinem Sessel! Hören Sie, Eddie, ich mach mir wirklich große Sorgen um Sie. Nicht nur gesundheitlich. Sie müssen jetzt erst mal wieder gesund werden. Ich bin gesund, Martin. Mir ging's nie besser. Hallo? Wo ist denn deine Hose? Welche Hose? Adi hat ein Problem. Einer ruft mir an, alle machen einen Bogen an mich. Ich bin von sämtlichen Freundschafts- und Gästelisten gestrieben worden. Ich mach das bei mir jetzt. Adi hat plötzlich einen Schutzengel. Sie denken, das liegt bei diesem Erscheinung. Das sind keine Erscheinungen. Er ist einfach immer da. Adi hat jetzt einen echten Buddy. Doch leider kann man sich seinen Schutzengel nicht aussuchen. Das ist ja schlimmer, als ich dachte. Der Typ ruhig nicht mehr neben. Der neue Film von Michael Bulli-Herbig. Ich bin hier, um dich auf Kurs zu bringen. Wo genau sitzt er? Genau neben dir. Versteh das doch endlich, Adi. Sie können mich nicht sehen. Du siehst gar nicht aus, mein Engel. Na, wie sehen Engel denn aus? So. Hör endlich mal auf dein Herz, Adi. Du warst noch nie verliebt, oder? Diese Frau ist was Besonderes. Sie ist klug. Sie sieht gut aus. Sie hat Stil. Und ich rasier mir weder die Beine noch die Achseln. Okay, das letzte war ein Scherz. Wolltest du mich hier verkuppeln? Ja. Komm, riskier mal was. Frauen lieben romantische Männer. Sie lieben es, weil man die Hosen runterlässt. Aber wenn das Timing nicht stimmt, hast du verschissen. Zähle einfach die Wahrheit. Also die Wahrheit ist... Ich hab seit ein paar Tagen so einen Schutzengel. Gib mein Schütze zur Seite. Er steht direkt neben dir. Sein Name ist Buddy und er sagt mir ständig, dass du die Frau meines Lebens bist. Jetzt weiß ich, er hat recht. Die Wahrheit hab ich nicht gemeint. Adi! Sag den Text. Hi. Sehr gut, weiter so. Hast du jemals eine Frau in den Schlaf gestreichelt, die du wirklich lebst? Ihr kleines, süßes Zucken gespürt, bevor sie einschläft? Nee, ich hab nur dieses Zucken am Auge, seitdem ich dich kenne. Ab 25. Dezember im Kino.